Musik Musik In Weihnolsheim wird man auf den Spuren der Römer fündig. Auf einem Weingut, wo das Leben heute noch zum Verweilen einlädt, steht ein Sarkophag. In dem Grab wurde unter anderem ein Trinkgefäß gefunden. Jetzt erinnert es die Lebenden daran, jede Minute zu genießen. Vielleicht auch mit dem ein oder anderen guten Tropfen Wein aus Rheinhessen. Mehr als 500 Jahre haben die Römer in Rheinhessen ihre Spuren hinterlassen. Beim Anblick dieser sanften Hügel wird klar, die Römer konnten nicht anders, als Rheinhessen zu lieben.